Was geht ab? Das Handwrite von HUB Promotion TV. Wir sind hier gerade in Heimfeld von Zyus Auftritt. Wir hatten einen guten Abend, glaube ich. Zyus aufschöpftet und gebt euch. Yo, was geht ab? QR73. Ich bin hier gerade mit Anitou, meinem Bruder. Mal kommt Feetcher raus. HUB Promotion kommt bald raus. Wir sind gerade auf dem Auftritt. 9.12.2011 und wir ballern den heftigsten Auftritt. Alles wird gefickt. Alles wird gefickt. Alles komplett. Gefilmt von John Elbasch und Henry White. Und ich kenne den Kameraden nicht. Obwohl Herr Strasch es heißt, der White. Ihr habt das schon richtig gehört. Okay, gebt rein. Mein Bruder und ich sind zu soft, Bruder. Und wir ficken die Szene gleich. Soft auf der Bühne. Stellt euch das mal vor. Schlaf auf schlaf. Eine ganz andere Richtung. Schon ein bisschen eingeleitet worden vom Breakdance, die so ein bisschen Drum und Beat Variationen und Dancefloor Variationen gemacht haben. Jetzt geht es richtig in den Old Style. Es geht in den Rappen ein. Und wenn ich Deutsch rappe, sagt der Mann, ich ziehe in Guerrero. Guerrero, 73. 73 steht für Hamburg. Und die Jungs sind schon da. Und ich will einfach nicht mehr sagen. Guerrero, 73 steht für Hamburg. Und die Jungs sind schon da. Und ich will einfach nicht mehr sagen. ich will einfach nicht mehr sagen. Ich will einfach nicht mehr sagen. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, was du, was ich so? Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020